Willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3! Im letzten Part hatten wir einen richtig geilen Bosskampf gegen einen T-Rex, der in Wahrheit ein Höhlenmensch war oder so ein Höhlenmensch-Geist. Nein! Warte mal, können wir den Tod dafür verwenden? Toto, du hast wieder zu viel Spaß. Aber wir wissen immerhin, wie wir an den einen Kristall rankommen. Mhm. Oh! Toe, please! Okay, das ist auf alle Fälle ein Kristallgeist. Okay! Fehlt nur noch ein einziges Juwel, äh, zwei Juwelen. Okay! Okay! Was ist das? eigentlich. Das ist ja kaputt machen. So, hier war auch ein Juwel. Ich habe aber nicht geguckt. Ob es hier nicht noch irgendwas gibt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es beim Bossraum noch irgendwo... Ich habe nichts für mich. gibt es safe noch ein secret das könnte ich nur ein bissel ja aber Oh, okay. Ah, da ist wieder dieses komische Knochenteil. Das ist ja ernsthaft, das ist gar nichts. Das kann nicht sein. Ergeblich ist hier eine Grenze. Ich verarsche mich doch, oder? Das komische Schneckenteil habe ich nicht. Wirklich? Nur eine Perle? Also meine Theorie wäre... Wirklich? 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 ич�, die Karte sagt, dass das.. Dass dieser Bereich nicht wirklich groß ist. Wo ist das letzte Juwel? Hier müssen wir es sehen Das kann eigentlich nur der Triceratops sein Eben wie alles andere Kommen nicht in Frage Wurde du hochklettern? Warte mal da oben Hier 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 Das geht auch nicht Hier Ich bin schon gespannt wo Wo der Scheiß ist Hier 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 Here Hier Hier compose Hier 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 sehen was passieren wird b2 jetzt geht es erstmal in den keller und im keller das bedeutet nie etwas gutes wasseranlage wir kommen das wird lustig dann werden wir wieder klempner arbeiten machen wissen so wie es aussieht ich bin schon gespannt was mich da unten erwarten wird da habe ich ja noch oben da lassen wenn euch der pack gefallen hat abonniert den kanal wenn ihr mehr sehen wollt bis dann und schau ihr verrücken verrücken bis zum nächsten part